Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2019 stelle ich Ihnen den neuen SolidCAM Simulator vor. Dieser neue Simulator steht dem Anwender als Beta-Status zur Verfügung. In den nächsten Service-Packs werden weitere Entwicklungsanpassungen hinzugefügt. Die Anzeige kann als separate Simulation erfolgen oder integriert in Ihre CAD-Umgebung. Geöffnet wird der neue Simulator. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Jobs klicken, haben Sie ihn hier unter der normalen Simulation zur Verfügung. Das Ganze wird von mir geöffnet und wir sehen das neue Layout-Fenster des SolidCAM Simulators. Mit diesem neuen Simulator haben Sie erhebliche Leistungssteigerung zur Verfügung. Die Multicore-Technologie ist hier komplett vollautomatisch verwendet. Die SolidVerification ist 200 bis 300% schneller als in der CAD-Modell-Simulation. Die Anzeige der Werkzeugbahn ist bis zu 400% schneller. Als Anzeigemodus stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Einmal das separate Fenster. Dies ist der Standard-Modus. Mit diesem standardseparaten Fenster haben Sie die Möglichkeit, perfekt auf zwei Arbeitsplätzen Bildschirm zu arbeiten. Sie können die Simulation komplett aus dem Arbeitsbereich von SolidCAM SolidWorks entfernen, rüberschieben und zum Beispiel auf einen zweiten Arbeitsplatz dort die Simulation starten und Ihre Bearbeitung mit SolidCAM fortführen, editieren und so weiter. Alle Anpassungen und Modifikationen des neuen Simulators können Sie über diese Schaltfläche ausführen. Hier können Sie auch den Anzeigemodus Separates Fenster deaktivieren und Sie sehen automatisch den zweiten Anzeigemodus, die Integration. Diese Integration ist komplett im SolidWorks Grafikbereich integriert. Alle Features von SolidCAM stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung, während Sie simulieren. Sie können die Simulation anstoßen und die Bearbeitung von SolidCAM fortführen oder diverse Jobs modifizieren. Auch CAD-Funktionalitäten stehen mir zur Verfügung. Ich habe mit Betätigung dieses Kubus die Möglichkeit, das Bauteil von der aktuellen Position zu verschieben und habe hier im mittleren Bereich den ganz normalen CAD-Modus und kann zum Beispiel Radiuskörperkanten nachmessen. Danach kann ich das Ganze wiederum betätigen und die Simulation schiebt sich wieder in den aktuellen Bereich. Sowohl im integrierten Modus wie auch im separaten Fenster haben Sie im unteren rechten Bereich immer die Anzeige der aktuellen Koordinaten zur Verfügung. Im unteren Bereich des Simulators befindet sich die Jobleiste. Diese Jobleiste kann von mir direkt manuell betätigt werden, wie Sie sehen. Farblich ist sie an die Werkzeugfarben des jeweiligen Jobs angepasst. Direkt darüber befindet sich eine Leiste für Jobs vorzuspulen, Jobweise vorzuspulen, Jobweise zurückzuspulen, Sie können die Simulation rückwärts ablaufen lassen, Sie können die Simulation starten oder hier mit Pause betätigen. Mit diesem Schieberegler haben Sie die Möglichkeit, die Simulationsgeschwindigkeit je nachdem einzustellen, welche Simulationsgeschwindigkeit Sie bevorzugen. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, jederzeit eine Anzeige von vorne, von oben, von rechts oder von der hinteren Seite direkt mit diesem Kubus zu betätigen. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, alle Einstellungen zu modifizieren, anzupassen, die mit dem neuen SolidCAM Simulator zur Verfügung stehen. Die Anzeige der Werkzeugbahn kann mit dieser Funktion jeweils ein- und ausgeschaltet werden. Dies kann während der Simulation passieren, dies kann im separaten Modus oder in der integrierten Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Mit der Funktion Werkzeugbahn folgt Werkzeug haben Sie folgende Darstellungsmöglichkeit. Wenn diese Funktion aktiviert ist und Sie die Simulation starten, sehen Sie, wie die Werkzeugbahn während der Simulation ständig weiter aufgebaut wird. Jetzt stoppe ich das Ganze nochmal, spule nochmal zurück und deaktiviere diese Option. Dann sehen Sie, dass im Arbeitsbereich direkt immer die Werkzeugbahn angezeigt wird und die Simulation wird dann durchgeführt. Mit der Funktion mit vorhergehenden Jobs simulieren sehen Sie entweder ohne diese Option immer nur die jeweilige Werkzeugbahn im Arbeitsbereich. Wenn ich das Ganze nochmal stoppe, zurückspule und diese Option nun aktiviere, sehen Sie während der Simulation alle Werkzeugbahnen, auch die von den vorangegangenen Jobs. Die Volumensimulation können Sie mit der Solid Verification aktivieren oder deaktivieren. Ich habe das Ganze jetzt mal aktiviert und die Werkzeugbahn deaktiviert und starte die Simulation. Und wir sehen eine Volumensimulation mit dem neuen SolidCAM Simulator von SolidCAM. Wenn Sie nun wieder direkt an den Anfang zurückspulen möchten, können Sie die Simulation hier auf Pause stellen und zum Beispiel mit einem Doppelklick wieder direkt an den Anfang der Simulation gelangen. Wenn die Option mehrfarbig aktiviert wurde, werden während der Volumensimulation die Werkzeugfarben direkt angezeigt, wie hier im Arbeitsbereich zu sehen. Wenn ich das Ganze nun einmal stoppe, von vorne das Ganze ablaufen lasse und diese Mehrfarbigkeit deaktiviere, sehen wir in der Simulation, werden keine Werkzeugfarben direkt in der Volumensimulation angezeigt. Wenn Sie den Aufnahmemodus aktivieren und dann die Simulation starten, wird die komplette Simulation im Hintergrund aufgezeichnet und abgespeichert. Sie können, nachdem die Simulation dann komplett durchgelaufen ist, an jeden beliebigen Punkt der Simulation vor- und zurückspulen und die Simulation vorwärts und rückwärts abspulen lassen. Nachdem die komplette Simulation nun fertiggestellt wurde, haben Sie die Möglichkeit, mit Ziehen dieses Schiebereglers die Simulation vorwärts und rückwärts abspulen zu lassen und auch der Volumenaufbau wird wieder in die andere Richtung durchgeführt. Nachdem Sie die Volumensimulation durchgeführt haben, haben Sie die Möglichkeit, mit Zurücksetzen die komplette Simulation zurückzusetzen und mit einem Doppelklick zum Beispiel vor diesem Job die Simulation an dieser Stelle wieder aufzunehmen. Ich betätige noch einmal die Pause und mache einen Doppelklick vor diesem Job. Die Volumensimulation wird dementsprechend wiederum neu aufgebaut und der Job wird ab dieser Position wiederum neu simuliert. Während der Simulation können Sie das Roteil, das Werkzeug, den Halter oder auch das Fertigmodell ein- oder ausblenden. Wenn ich den Halter ausblende, sehen Sie das im Arbeitsbereich. Wenn ich das Stock, das Rohmodell ausblende, sehen wir nur noch das Fertigteil und ich kann natürlich auch das Werkzeug und das Fertigmodell ausblenden. Wenn die Funktion Solid Verification deaktiviert wurde, kann ich mit einem Doppelklick in die Zeitleiste jedes Mal den Ist-Stand an der jeweiligen Position dieser Simulation mir im Grafikbereich hier ganz genau anzeigen zu lassen. Je nachdem, wo ich hinklicke, wird mir der Stand des aktuellen Rohmaterials an dieser Position angezeigt. Wenn Sie in den Einstellungen die Solid Verification und das Rohmodell ausblenden und die Werkzeugbahn und das Werkzeug einblenden, können Sie mit dem Betätigen des Schiebereglers auf der Jobleiste sich sehr schnell die Werkzeugbahn im Arbeitsbereich anzeigen lassen. Das Ganze kann vorwärts und auch rückwärts abgespult werden. Eine manuelle Überprüfung der Werkzeugbahn ist ebenfalls möglich mit dem neuen SolidCAM Simulator. Ich habe hier einen einzelnen 3D-Job mit dem SolidCAM Simulator simuliert und kann jetzt, nachdem das Ganze abgelaufen ist, mit meiner Maus hier ein Werkzeugbahnsegment anklicken. Und Sie sehen, automatisch springt mir das Werkzeug zu dieser Position und die Werkzeugbahn wird im Arbeitsbereich aktualisiert. Ebenfalls wird mir im unteren Bereich die Koordinate angezeigt, wo ich mich hier befinde. Eine weitere Möglichkeit ist, mit Drag & Drop das Werkzeug an eine bestimmte Position zu ziehen und wiederum loszulassen und die Werkzeugbahn wird immer bis zu diesem Punkt aktualisiert. Die Jobzeitleiste im unteren Bereich kann über drei Optionen angezeigt werden. Über die Größe, über die Bearbeitungszeit, Sie sehen hier den Schrubbjob, das Restschrubben und hier die Schlichtbearbeitung und hier das Restfräsen. Oder über die Anzahl der Werkzeugbewegungen. Je nachdem, welche Option Sie hier wählen, ändert sich die Zeitleiste im unteren Bereich. Zum Schluss noch einige Anmerkungen zum Öffnen des neuen SolidCAM Simulators. Wenn Sie alle Jobs mit dem SolidCAM Simulator öffnen möchten oder simulieren möchten, klicken Sie rechte Maustaste auf Jobs und wählen den SolidCAM Simulator an und Sie haben die Möglichkeit, alle Jobs direkt nacheinander zu simulieren. Sie können auch einen einzelnen Job anklicken, rechte Maustaste und ihn mit dem SolidCAM Simulator öffnen oder Sie aktivieren, klicken mit der Steuerungstaste zwei Jobs zum Beispiel an und klicken rechte Maustaste SolidCAM Simulator und diese beiden Jobs können simuliert werden. Wenn Sie einen Job geöffnet haben und die Simulation hier standardmäßig öffnen, öffnet sich die Standardsimulation von SolidCAM im SolidVerify-Modus oder auf CAD-Modell oder Maschinensimulation, je nachdem, welche Option Sie wählen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, den neuen SolidCAM Simulator direkt über den Job zu öffnen. Bevor Sie auf Simulieren klicken, klicken Sie auf die Steuerungstaste Ihrer Tastatur und klicken dann auf Simulieren und dann wird auch der neue SolidCAM Simulator direkt über den Job geöffnet. Oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.